die krankenkasse ruft an muss ich antworten mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de es ist ganz häufig so dass viele erkrankte langzeiterkrankte ab und zu mal einen anruf von ihrer gesetzlichen krankenversicherung bekommen oftmals nicht nur ab und zu mal sondern ab und zu mal ganz häufig und dann werden solche fragen gestellt wie geht es ihnen denn sind sie eigentlich nicht wieder gesund wollen sie nicht wieder arbeiten gehen können wir ihnen vielleicht helfen möchten sie eine rea machen wie lange sind sie dann noch krank geschrieben was haben sie denn eigentlich für eine erkrankung und so weiter und so fort meine damen und herren sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet auf diese fragen zu antworten es gibt keine gesetzliche verpflichtung dass sie dort ein telefonat zu führen haben und ich finde es schon ziemlich dreist manchmal wie krankenkassen hier vorgehen und versuchen die menschen aus dem krankengeld raus zu kicken ich sage das jetzt mal so ganz salopp aber im grundsatz ist es gesetzlich so niemand ist verpflichtet auf solche fragen der krankenkassen zu antworten da reicht es aus wenn sie höflich aber bestimmt sagen bitte schicken sie mir ein schreiben erklären sie mir bitte was sie wollen ich bin krank langzeiterkrankte sollten sich bitte nicht unter druck setzen lassen aber sie merken spätestens dann wenn sie die ersten anrufe bekommen haben von der krankenkasse dass es dann möglicherweise darum geht dass man sie hier aus dem krankengeld kegeln möchte oder rausholen möchte oder aber sie möglicherweise dazu zwingen möchte eine rente wegen erwerbsminderung oder ein rea antrag bei der deutschen rentenversicherung zu stellen damit dann die krankenkasse bei bewilligungsfall einer im rente hier entsprechende erstattungsansprüche gegenüber der rentenversicherung geltend machen kann also letzten endes nachfragen der krankenkasse das dürfen die aber sie müssen nicht antworten näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel